der schmeißt immer noch ich habe ihn ich habe der kriegt gleich so was von ab mit polizei gewollt ja und wenn man da kann erst löschen wenn die auslöschung das mal so ist der behindert das noch alter nein scheiße 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 weg da nein scheiße das geht so schief das geht so schief schnell weg hier man nicht durch man ich brauche feuerwehreinheiten nein scheiße 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 alter ich brauche neue polizeien erhalten fack 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 wo ist denn der jetzt sind nicht jetzt du scheiße auch abschlepper und sowas auch gesundheit mann Ich brauch vor allem leere Fahrzeuge. Noch da? Nein. Okay. Holy fuck. Ich würde es gerade leicht überfordern, sorry. Ja, ich auch. Nee. Ach, der hat aufgehört oder wie? Rechter. Warte, ich schicke erst noch einen Abschlepper ein. Abschlepper ein, Rot. Ich brauch auch noch einen. Fahrzeug 14, hört. Fahrzeug 3, hört. Fahrzeug 6, hört. Fahrzeug 14, hört. Nein, nein, nein. Du sollst im Haus bleiben, du Idiot. Du sollst im Haus bleiben. Wo bist du? Fahrzeug 8, hört. Ach du deppig Klopfer. Ähm, Stau. Bei Brücke, RTW. Ah, mate. Und oben, glaub ich, noch rechts irgendwo auf der Karte einer. Ja, Abschlepper haben wir dich immer. Im Wagen. Also ne, ganz oben bei einer anderen Brücke, ja die. I'm not too fast, mate. Ich bin vielleicht langsam, aber nicht ausdauernd. So, jetzt brauche ich, äh, jetzt brauche ich leere, äh, Streifenwagen für die Einheiten. So, rate mal grad, wie wir erst verletzten haben transportiert. Genau, ich nicht. Hm, sieben verletzte Alter. Hm, wer ist da für die zuständig? Wer, wer, wessen Autos haben denn gebrannt? Also meine nicht. Aber meine Einheiten hat zerwischt. Äh. Hm. Bei mir steht da eine Einheit total tief, der Mann. Mist. Äh, dein Abschlepper ist übrigens noch da. Ja. Ist gut. Dann lass ich dort erstmal wegsterben, keine Sorge. Hm. Ich brauche noch recht, ja. Ja. Ich brauche auch frechte. Aber aber keine. In Deutschland. Welche Abschlepper? Ach da. Sorry. Ich hab leicht gereizt. Sie merkt man aber nicht, ne? Nö, 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 nö. Pass schon, pass schon. Der will doch nicht, nein. Nein, nein, nein. Kannst du gleich mal nicht mehr. Jetzt sind wir noch im Ende übermitteltes Scheißding. Ich kann da eine Flätze nicht aufheben, Masi, ich hab ein Problem. Hm. Kannst du dich aufheben vielleicht? Wo? Ah, ich kann da aufheben, muss ich aber erzählen. Ja, das ist so eine Sache, da muss man immer genau treffen. Ne, ein Problem war, ich musste ja gar nicht treffen, ich musste so 10 Meter weiter links machen. Loll. Ich versuche schon einen Polizisten hier. Welchen? Welchen? Da ist ein Polizist von dir, der steht bei mir irgendwie irgendwie schief dort und den versorgen ich gerade mal ein bisschen. Also weil der ist leicht angeschlagen. Ja, da gab es schon schlimmere Sachen, die haben sich mit den Randalierern gekloppt. So, ich brauche trotzdem noch Rechte. Nein, brauchst du nicht. Der Polizicraft-the-Armfordern mit einer, weil der eine ist ja dort, ne? Ich liebe diese Fodgrounds, ich weiß nicht warum. Ach, einen Abklapper brauchen wir noch. Oh nein, bei der Irgendwann, nein, was hat er geschrieben, Idiot? Würde dich feiern, wenn du einen Teil... ...leckig im Arsch, wir werden Teil von deiner Mutter. Schautsfeier, 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 Schautsfeier. Hm. Und ich hab aber irgendwie so eine Fifa, wie heißt der? Fifa-Youtuber 2016. Haben mich abonniert oder so, keine Ahnung. Ich kann es überhaupt nicht nach oben mit Leuten abonnieren. Das ist verleglich, man. Hm, bei mir auch. Hey, du musst dann so Abus-Specials machen. Hm. Na ja. Das wollen wir auch nicht. Und dann auch noch... Ich mein, ganz ehrlich, ne? Und das Lustige ist ja dann immer noch, ne? Wenn du dann ne Idee kommst, die kommt sie sogar in unsere Reine mit TXT kommt, und die dann einfach so dein Video benutzt. Hm. Ohne mich zu fragen. Wieso? Das war geplant, man. Wir haben die ganze Zeit gesagt, da müsste man ein Video drüber machen. Ja. Aber du weißt genau, was ich meine. Ich kann da... Wer habe ich bekommen? Nur Mutti. Ja und? Wer macht denn die Videos? Ich oder du? Siehste? Ha. Wer wirkt denn in deinen Videos mit? Du oder ich? Genau. Wie beide. Du und echt genau wie beide. Das bist du ein Mann oder ein Maus? Pferd. Meine Armee ist übrigens... Die hätte ich doch holen können. Ich Arsch. Nein, du holt deine Armee garantiert nicht für sowas. Nee, aber die hätte man nehmen können, Alter. Da hättest du ein paar Kriegsopfer zu versorgen. Die Bundeswehr. Was alle denken durch einen Sumpf mit einer Knache und mit Kameraden zusammenwirken und die heißesten Action-Sachen erleben und dem Land dienen. Nein, in Wirklichkeit ist eigentlich nur ein paar Kerren. Ja. Mit Blaulicht natürlich. Ja. Ja. Auf genauer Ahnung von unserer eigentlichen Kanzlerin. Wait, what? Erdbebenalarm. Yay! Wo sind die Bränder? Erdbebenalarm. Es gibt Personen und Sachschäden. Es gibt einen Brand. Wo sind die Alters? Wo sind die Alters? Wo sind die Alters? Ich seh den gar nicht. Ganz oben. Ja, da ist nichts. Da brennt nichts. Ich seh da nix brennen. Juhu, ich liebe die ganzen letzten im Haus. Warum? Wenn man die nicht findet. Leute, die sind einfach so abgehauen hier. Wenn's da oben brennen sollte, da steht schon mal der bereit. Ich bräuchte ganz viele Rechte. Ja. Ich bräuchte ganz viele Rechte. Ich bräuchte ganz viele RTBs. Wieso? Immer bei einem Hotel. Warum auch immer? Keine Ahnung. Was ist das Auto denn? Hast du schnappt geschleppt? Oder ist das despawned? Ne, das ist despawned. Warum? Warum? Du brennst wirklich. Warte, hier wird mir jemand angezeigt. Hier liegt aber keiner. 5 von 5 im Einsatz. 8 Uhr. Gute Blanz. Witzig sehe nix. Was brennt denn da? Ah, jetzt brennt da was. Ja, aber okay, muss ich Feuerwehr hinschicken. Das ist alles nix. Ist ein Abschlepper zu völlig noch irgendwie da? Nein. Ja doch, da fährt er, da fährt er. Der kann da ja hoch. Wer geht's hier an mir vorbeigefahren, wär's mir scheißegal gewesen. Mhm. Ah ja, jetzt brennt's. Oh ja, die Flammen gehen langsam über. Ich brauche jetzt mal langsam Rechte für Feuerwehr. Ich brauche auch vier Rechte. Äh, da oben ist Chemiebrand. Mal sie, Hesmet. Und in Rot gleich wahrscheinlich? Ja, ne, noch nicht. Also das sind ja nur Lagerbrände erstmal. 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 Vor allem und später, äh, hast du Hesmet zufällig? Du meinst es echt so. Und ich gebe, oder liegt ein Kind? Sonst fände er auch. Alter. Musst du mal so ehrlich wie ich zum Kind? Und was bist du, ne Mann oder ne Maus? Ein Kind? Nein. Alter, hier ist er gestopft. Nur sieben verletzt, da geht er noch. Hm. Was? Pepsi Werbung. Produktkartierung. Hast du sieben verletzte? Pepsi Werbung. Hm. Das ist mein Monster. Soll das wieder was explodiert? Ich kann noch wieder einen Abschlapper holen. Hm. Da is. A house. Da is. A house. In the US. Ekal der Reising Fun. Was sag ich mit dem Verletzten, der mir dort angezeigt wird, auch wo keiner ist? Das macht total überhaupt keinen Sinn. Warte. Schau mal, ich schick mal meine Polizei rein, vielleicht liegt da tatsächlich jemand. Der liegt ja links im Haus wahrscheinlich. Ach ja, da liegt einer drin. Schau ihn mal raus. Okay, dankeschön. Ich leg ihn auf mit Kreuzung. Da is er. Ach so, kann ich eigentlich noch Dings holen? Ne, kann ich nicht. Über den. Die ganz verletzten überall, die kotzen mich nicht. so dermaßen gerade an. Am brennenden um diesen. Sind sie da wunderbar ausrüsten. Im Musik, also die verletzten den 90 grad richtig, Alter, überall, ne? Zwischendurch etwas Bespannes passieren, wenn es weg war, oder wir haben einen Einsatz dran. Da kamen, ich glaube ich, zwei Einsätze rein, aber war jetzt nur der kleine Waldbrand, irgendwie, er hat mal kurzzeitig in den Supermarkt gebrannt. Aber es ist heute kein Problem gewesen, oder? Nö, nicht sonderlich. Ich meine, hier brennt ja eh alles, aber egal. Ich freue mich noch einmal rechtes. Ich freue mich auch wieder für eine Feuerwehr. Wohl die Feuerwehr, mein Gott. Krankern Transportfahrzeug. Nein! Was denn? Oh ne, als ob mir das genau jetzt passiert. Scheiße, 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 Scheiße. Ich brauche den USA Squad. Jetzt redest du dir, was gerade passiert ist. Ich brauche eine Axt. Da ein Verletzter liegt in einem Raum und der RTW kriegt die Tür nicht auf. Das ist ja. Lol. Welcome to USA. In Deutschland wäre das einfach nur so, Gefall, Vollzug, bam, Tür ist drinne. Nein, wie extra eine Feuerwehr, eww. Ja. Ach, der Verletzter liegt direkt in meinem RTW. Dankeschön. Oh, du ist fast gestorben, Alter. Ja, meine Einheiten treffen langsam mal an. Ein. Fahrzeug 21 hört. Fahrzeug 21 hört. RTW, äh, Feuerwehr, wenn du jetzt mal kommen würdest. Daills war dein Tauch Marketlist. Dankeschön. Vielen Dank.